Notiz Q. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du solch ein Risiko auf dich nimmst, für mich und die Volontäre, die keinen Sinn mehr haben. Der Gedanke, dass du in diesen Container steckst, der Richtung Erde rast, bringt mich um. Auch wenn Willow meint, sei sicher darin und du genug Essen hättest. Ich weiß, die Beweise auf den USB-Stick können das Geschehen nicht ungeschehen machen. Aber die Wahrheit aufzudecken, wird dafür sorgen, dass es nicht mehr, nicht noch einmal passiert. Danke, dein Dankemann-Freund, A.G. Quintin Porus Analyse Gallegos USB-Stick Ausdruck aus einem Readme-Text Partei von Analyse Gallegos USB-Stick Diese Laufwerke enthält belastende Beweise zu illegalen Experimenten in der Psychotronik an Bord der Talos. Eins darunter, geheime interne Memos, wichtige Forschungsdaten der letzten Jahrzehnte, Namen und Rollen der verantwortlichen Mitarbeiter, Zuordnung der Volontäre IDs zu ihren bürgerlichen Namen. Diese Information bestätigt die Existenz einer außerirdischen Spezies, genannte Typhon, sowie die Tatsache, dass bei der Herrschung aller Neuromots menschliche Opfer in Kauf genommen werden. Ich heg keine Hoffnung, dass dies einfach zu glauben sei. Ich kann jedoch die Richtigkeit bezeugen, vorausgesetzt, ich bin noch am Leben. Denn ich habe an vielen der besagten Experimenten persönlich teilgenommen. Dr. Analyse Gallegos Okay. Okay, okay. Okay, okay. Das ist schon... krass. Und das sieht immer noch so Hammer aus. Da kann man sagen, was man will. Die Aussicht da ist krass. Oh! Ah! 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 Okay. Hi. Nee, da bin ich jetzt noch nicht hin. Ich will erst hier noch gucken, was hier noch ist. So. Abriegelung, die Direktorebene. Ja. Huh, ich geh mal hier hin. Mikrogravitation entdeckt. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich folge einfach mal diesen Strom hier. Okay, das ist so. Gut. Okay. Was mir hier passiert ist, ich weiß es nicht. Stationsverriegelung. Okay. Okay. Das wird jetzt kurz geändert. Da und hier. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich geh mal nach unten. Ich geh mal nach unten. Guck mich mal hier um. Ach guck mal. Das kennen wir doch. Boah. Hm. Okay, hier ist uns nichts. Guts. Dann hab ich keine Ahnung, wo ich jetzt groß noch hin kann. Außer halt hier hin. Und ich glaub hier ist es Guts. Und da will ich eigentlich gar nicht hin. Mehrere Ziele. Okay. Kann nichts machen. Ich mach mal einen neuen Speicher. Ja. Sind Sie sicher? Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ich bin mir nie sicher. So. Ich tu mal hier wieder für euch. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ihr müsst das ja nicht mehr miterleben. So. Da sind wir wieder. Jetzt muss ich wieder in den Timer starten. Und. Wollt ich sie. So. Mika, ich weiß nicht ob sie ihr Transcribe haben. Morgen ist auf den Weg zu gehen. Ich warne sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf sie schießt. Oder mit Absicht. Morgen? Ist sie nicht auf der Erde? Morgen. Morgen. Mikaela. Ich habe nicht auf ihr Transcribe geachtet. Wie sind sie hierher gekommen? Ich dachte sie wären weg, weil... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Ich sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten Recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten sie den Reaktor neu und umgehen sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Kommen sie einfach hier, ja? So. Anzug-Grabatur-Kit-Blauplan. Cool. Notiz Jaws. Jose? Jose? Keine Ahnung. Dernich steht die Wartung für das Luftgemisch-Regulator in den Atmosphären-Abteilungen an. Sagen sie Max Bescheid, weil sie den Partner-Fabrikator-Plan hat. Okay. Ich habe jetzt nicht richtig gelesen. Tut mir leid. Zwei Personen haben Ausrüstung ausgeliehen und noch nicht zurückgegeben. Ari, Knau und Einmar-Hutschamaya. Ich möchte sie daran erinnern, dass sie immer noch abteilungseigene Ausrüstung ausgeliehen haben. Sie hätten sie am Ende ihrer letzten Schicht zurückgeben müssen. Wenn sie vorhaben, sie noch einmal auszuleihen. Also wenn sie vorhaben, sie noch einmal auszuleihen. Sie können nicht einfach alles behalten, bis sie fertig sind. Ich weiß, es ist nervig, aber so lauten die Regeln. Und wenn sie das Zeug heute nicht zurückgeben, wird ihre nächste Gehaltsabrechnung automatisch eine Strafgebühr abgezogen. Okay. 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 Oh. Wir sind wieder fast froh. So. Ich will das mal hier sortieren. Wir haben so jetzt jede Menge Reparaturzeugs. Das ist gut. Verbessern. Präzision. Verbessern. Verbessern. Rückstoß. Einmal können wir noch. Äh. Geht nichts. Da geht auch nichts. Dann bei der Blue-Kanone. Können wir eigentlich dieses komische Ding hier verbessern? Was ist denn das hier? Durchgebrannte Platine. Yay! aj Alter. Jetzt wo? Warum nicht die Bofeed willkommen? Okay, hab ich alle beide? Schön zu. Da mag ich noch nicht lang. Ich werd jetzt mal gucken, was hier noch so alles ist. Okay. 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 Der Neuralhorizont. Ah ja. Ich hab noch Neuromod. Neuromod. Dankeschön. Alles wieder gut. Sie können einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Nö. So. Vorrat in Halle bei Fluchtkapselkeilen. Zeit für Übergabe für Glück. Ah ja. Warum hat er hier alles zugetextet? Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bewundere Ihre Taten. Sie hätten Chief Alisa und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders wenn man bedenkt, dass sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben. Wenn auch nur kurzfristig. Nicht an Weber weitergeben. An Weber? Weber weitergeben? Okay. Okay. Keine Schlüsselkarte. Hm. Okay. 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 Ich speichere mal hier eben. Ja, ich weiß, was jetzt ist jetzt dein Speicher. So. Ah, verdammt. Da. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier langlaufe. Ich glaube, ich bin nicht richtig. Verdammt. Hm. Komm, mach hier noch. Musik ist ja interessant. Hm. 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 No, 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 no. Kain Wenn ein Albtraum hier ist, weiß ich ja, wo ich hingehen kann. Nimm mich hier unten drunter. Okay, da sollte ich vielleicht noch nicht hin. Das gibt nur Stromschläge. Wir haben aber keinen Fabrikator hier, also kann ich das Ding nicht nutzen. Vielen Dank.